Jo Leute und herzlich willkommen zu Tag 15 des CSQ Adventskalenders 2017 und auch heute gehen wieder drei Skins raus an euch und zwar werden diese drei Skins sein. Also wir beginnen mit einer M41S Flashback, dann als nächstes gibt es eine AK47 Kartell und zu guter Letzt noch eine Glock 18 Water Elemental. Ich ziehe die Gewinner wieder von den Kommentaren des Teilnehmervideos und falls auch heute wieder jemand neuer dazu schaltet und sich fragt, wie kann man hier teilnehmen, was gibt es zu gewinnen, erster Link in der Videobeschreibung, dort ist das Teilnehmervideo verlinkt, dort könnt ihr wie gesagt teilnehmen, also in dem Video erkläre ich wie ihr teilnehmen könnt, was es zu gewinnen gibt und ja eigentlich alles was ihr wissen müsst. Nur am 24 Dezember gibt es ein neues Hauptpreis Nive zu gewinnen, das kann ich euch jetzt noch erzählen. Und falls ihr auch noch eure Gewinnchance erhöhen wollt für das Nive oder generell für die Skins, die in den kommenden Tagen noch rausgehauen werden von mir, könnt ihr auch noch mehr Kommentare schreiben um eure Gewinnchance zu erhöhen. So, die Gewinner von gestern setzt ihr heute wieder aus und die Gewinner von vorgestern sind ja heute wieder mit dabei. Dann will ich gleich mal beginnen. So, was war der erste Skinde? M41S Flashback, die geht heute raus an den Drummer. Du warst gestern nicht bei den Gewinnern dabei, somit gehört die M4 mal dir. Glückwunsch, mate. So, der zweite Preis war die AK Kartell, also AK47 Kartell, die geht heute raus an den Julian Riedl. Du warst gestern ebenfalls auch nicht unter den Gewinnern dabei, somit gehört die AK heute dir. LOL Olli, ich habe gewonnen. So sieht's aus, Olli. Und zu guter Letzt geht dann noch die Glob 18 Water Elemental raus. Und zwar geht die an den 10er Paysafe. Ich küsse dein Näckchen. Ah, das ist aber lief von dir. Und bevor ich das Video dann auch wieder beende, wollte ich hier nochmal kurz wieder das Knife zeigen. Das ist der Hauptpreis für den 24. Dezember, ist ein Gut Knife Freehand Infect Renew. Und dann wollte ich auch noch erwähnen, dass noch die Möglichkeit besteht, den Pot zu vergrößern, um den Adventskalender noch krasser zu gestalten. Falls ihr noch welche Skins habt, die ihr nicht braucht, könnt ihr sie mir in den Pot offern. Egal, auch wenn es ein Plus-Kin ist, der nur 3 Cent wert ist. Ich werde daraus, also ich werde mehrere Plus-Kins von euch zusammensammeln und dann als Bundle raushauen. Als Gewinn. Und dann war es das dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Mit einem Daumen nach oben würde ich mich freuen. Zeigt mir mal, wie hyped ihr noch seid auf den CSGO Adventskalender. Und dann werde ich jetzt dann auch gleich im Anschluss noch ein Gamble Video aufnehmen in Center Elmore Edition. Es wird dann, ich weiß nicht, morgen oder übermorgen rauskommen. Es wird Samstag oder Sonntag. Dann sage ich auch gleich Tschau und bis morgen, euer Center Elmore. Euer Center Elmore. Outro 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 Outro